Was? Ein Mädchen sprach mich einmal an, ob sie mir etwas zeigen kann, was es bei uns nicht täglich gibt. Und ich dachte, wie man richtig liebt oder so, drum küsste ich sie ganz naiv. Sie lächelte nur etwas schief, dann sagte sie zu mir, wir alle träumen nicht von Liebe hier. Ganz wie, sie träumt von Kokain. 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 Wir gingen dann zu ihr nach Haus. Sie packte ihre Sachen aus. Ich sagte, mach uns lieber Tee, denn ich steh nicht auf Schnee. Nein, 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 der ganze Wiener Untergrund schnupft. Schnupft sich die Nasenlöcher bunt. Am Anfang tut es scheinbar gut, doch später macht es dich kaputt. Ganz wie, sie träumt von Kokain. Ganz wie, sie träumt von Kokain. Ganz wie, sie träumt von Kokain. ganz wie, ich so herrlich. Dankeschön.